Moin, Moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, Folge 1 ist aufgenommen. So, jetzt muss ich wieder rein. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was für aktuelle Aufträge wir von hier haben. Slowenien, Linz, Nürnberg. Möchte ich aber nicht. So, hier oben ist nämlich der Kölner Dom. Hier möchte ich eigentlich gerne dran vorbeikommen. Das heißt, wir werden nach Mannheim fahren. Man, I... So... May you gunthang them, please? Ich hätte auch direkt an Kuppeln machen können, aber okay. Machen wir es halt so. So, jetzt schauen wir mal. Das habe ich mir fast gedacht. Genau. Nee, er wollte mich die drei schicken. Ich werde aber jetzt ganz entspannt hier runterfahren. Und dann Euro-Goodies. Sehr schön. Dann fahren wir mal wieder raus aus Köln. Aber nicht die drei, sondern, ihr habt es ja gesehen, ich möchte oben gerne am Kölner Dom vorbei. Wir sind aktuell in Köln-Poll. Das Wetter ist nicht das schönste, Köln, aber ist okay. 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 Ich bin sehr schön. Ich bin sehr schön. Ich bin ganz sicher. Ich bin sehr schön. So, sehr schön. So, sehr schön. Ich sehe die Ampel gar nicht. Tanzbrunnen, alles da. Schön. So, vor uns ist der Dom. Rechts Köln-Deutz. So, vor uns ist der Dom. Hier links in der Mitte ist eigentlich die Straßenbahn. Genau hier rechts geht es normalerweise über die Brücke. Ah, schön gemacht. Also, kann man jetzt nicht meckern. Die rechts, die Firma wird aktuell abgerissen zum Teil. Aber ich muss sagen, vieles erkenne ich wieder. Was meint ihr, Köln ist doch recht gut gelungen, also meiner Meinung nach. Oh, da hinten, der Kram bewegt sich. Ach, schön. Wenn er jetzt die Laster runterlässt. Ach, schön. Gut gemacht. Das Wetter könnte besser sein, aber gut. Das Wetter könnte besser sein. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Klar, wir hätten auch Autobahn fahren können, aber gut. Das war 108 Kilometer noch. So, damit sind wir raus aus Köln. So, damit sind wir raus aus Köln. Okay, wir fahren wieder in Köln rein. Okay. Wahrscheinlich irgendein Vorort von Köln. So, Tempomat mal auf 80, dann rollen wir mal da unten nach Mannheim. Die Kurve ist hier aber nett. Okay. Okay. Gut. 3.629 Kilometer können wir noch fahren. So, dann haben wir das Ziel auch gleich erreicht. In gut 144 Kilometer. So langsam dürfte der Regen aber aufhören. Ich hab den Milch eigentlich gar nicht so hoch eingestellt. Ich glaub, ich sollte mal ein bisschen runter bremsen. So, Tempomat wieder auf 80, ich weiß, hier ist 50, aber okay. 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 Der Zug geht. Der Zug geht. Da dauern wir schon in Mannheim. Ist das hier rechts der Rhein oder ist das nicht? Aber Mannheim, das könnte der Rhein sein eigentlich. Der Zug geht. Der Zug geht. Der Zug geht. Der Zug geht. Der Zug gehtcolker, der Zug geht. Das ist gut. Noch gut 77 Kilometer. So, mit Scania Power hier hoch. So, mit Scania Power hier hoch. Sehr schön. Es regnet immer noch, aber okay. So, jetzt geht es gleich links runter und dann sind wir in Mannheim. Da ist die aktuelle Baustelle der Riedbahn. Ich denke mal, wenn sie fertig ist, ist es auch alles viel schöner. So. Man drückt auf Beschleunigung der Scania direkt unter der Kamera drauf. So. 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 Vor uns Mannheim. So. 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 1 Kilometer bis zum Ziel. Okay. So. 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 Sind wir in Mannheim angekommen? Ich sage tschau mit Frau Robin. Tschüss.